So Leute, heute wird es richtig amerikanisch. Heute fahren wir zu unserem ersten Football-Spiel. Da nehmen wir euch jetzt mit. Ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie es da ist. Wir waren schon im Deutschlandstadion, das war schon mega groß gewesen. Und laut den Sitzplätzen, die wir damals gebucht haben für das Spiel, war das auch schon mega krass. Wir haben schon mal eine Frage. M-M-M-M-S-T-O-M-I-S-T-O-M-I-S-T-O-M-I-S-T. No way you'll never make it. Come with the weak shit, I break it. Step into my zone, mad rhymes will steifu ya. Lines like rifle's go blast when I kick something. A lot of rappers be like one time wonders couldn't say a fly rhyme if there was one right under their noses. I hate those motherfuckin' posers but I'm so real to them, it's scary. Also Basketball war ja auch schon cool, aber das ist schon richtig geil, Alter. Ich sag, Basketball war ja auch schon cool, aber das ist schon richtig geil. Ich sag, Basketball war ja auch schon cool, aber ich sag, Basketball war ja auch schon cool. Zu dem Jaunein haben wir jetzt schnell, Basketball war ja auch schon cool, aber ich sag, Basketball war ja auch schon cool. Und jetzt kommt der Räder für den Räder. Räder Packer Nummer 79, Rob Heenan-Stein. Und jetzt kommt der Räder, Nr. 12, Branden Hook. Und Nr. 16, Larry Dorn. Heilige Scheiße! Applaus 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.